hey ho meine lieben schönen guten abend wir machen uns heute einen leckeren hirschbraten genau rein theoretisch werden wir den füllen rollbraten ja ist es eigentlich so gekauft und wir werden mal gucken ob man den eben füllen können mit so ein bisschen maronen und bacon und so und zwiebeln ja genau und eine leckere selbstgemachte soße ja dazu muss uns manu aber jetzt zurück schnippen nach gestern weil da wurde die soße angefangen hey spatzl dein schnipps hat dieses mal funktioniert wir sind wieder bei gestern ja also dann hier die kleine übersicht was hat mein spatz hier alles hergerichtet einmal wildfond dann korianderblätter dann haben wir hier piment gemahlen hier haben wir ein bisschen an zimt gemahlen also eigentlich hat es ja geheißen glaube ich ja zimtstange aber holterbeeren wir nehmen jetzt einfach das gemahlne genau da sehe ich noch ein ein lorbeerblatt genau angerüstete wildschweinknochen okay auch nicht schlecht ein stückchen lauch und sellerie zwiebeln mörchen tomatenmark genau brauchen wir sonst noch was dazu ein rauden da ist der raude ja genau da ist der raude ein rotwein ja genau ja und damit wird jetzt die grundsoße angesetzt die grundsoße wird angesetzt genau sag ich doch gut ich gehe mal davon aus du schnippelst jetzt alles erst einmal genau und danach holen wir euch wieder dazu genau machen wir ein bisschen putterschmalz rein schön geschmolzen schon warm geworden jetzt geben wir jetzt die zwiebeln und den brauchen wir dazu und den sellerie und dann alles schön anrösten jetzt gehen wir auch die karten dazu und alles schön anbraten bevor wir die Fleischknochen dazugeben so das Gemüse ist angeröst jetzt kommen die Wildschweinknochen dazu ich habe hier im Backofen schön geröstet für mindestens zwei Stunden habe ich sie gemacht das Gemüse ist angeröstet das Gemüse ist angeröstet die Fleischknochen sind auch ein bisschen warm geworden jetzt geben wir das Tomaten dazu jetzt geben wir unser Gewürz dazu Lorbeer Piment Koriander Nelken Zimt ein bisschen und tun es auch noch ein bisschen anrüsten und tun es ein bisschen ablöschen mit bisschen Rotwein und immer wieder bisschen Rotwein dazugeben und jetzt ein Stück Rotwein und jetzt ein Stück Rotwein und geben ein bisschen Wildform dazu so den letzten Schluck das wird jetzt zwei Stunden geküchelt ja und das ist die nach den zwei Stunden köcheln fertig das muss über die 24 Stunden noch ein bisschen durchziehen ah ja ja okay dann bist du jetzt mit der Soße Soßenansatz soweit fertig ja dann schnipp uns doch mal wieder zurück dass wir morgen sind äh funktioniert nicht Moment äh ja zurückklatschen hat funktioniert wir sind wieder bei heute ähm du hast heute schon glaube ich ein bisschen was weiter gemacht ich habe ein bisschen was weiter gemacht das blende ich als nächstes ein und danach gehen wir hier runter zu der kleinen aber feinen Übersicht von heute genau so meine Lieben ich habe die Soße über Nacht in den Kühlschrank reingestellt jetzt werde ich sie nochmal kurz aufkochen und dann durchs Sieb geben weil wir haben ja die Knochen hier drin und dann ist sonst in der Soße halt Knochenstückchen drin das wollen wir ja nicht haben und dann werde ich sie noch ein bisschen abschmecken und dann ja geht es dann weiter so nach und nach die Soße habe ich jetzt ins Sieb reingetan jetzt hole ich die Knochen raus kratze es noch ab so gut wie es geht ja das werde ich jetzt bei allen machen diese Knochen die hier die ich schon raus gesammelt habe da werde ich jetzt noch ein bisschen bisschen Wasser zu geben und ja dann werde ich das auch dazu geben weil da hängt ja noch ein bisschen was dran an Soße und deswegen das wollen wir ja nicht wegschmeißen und das mache ich jetzt aber auch nicht zu viel sonst wird unsere Grundsoße ja wässerisch also kann man ein bisschen Soße noch raus filtern die noch an den Knochen dran hängt bleibt und wunderbar da ist noch ein bisschen was dabei und das werde ich jetzt auch durchs ins Sieb rein tun und dann werde ich jetzt mit dem ganzen Gemüse schön durchdrücken und dann sehen wir uns gleich fertig äh wieder wenn ich fertig bin genau so das Gemüse habe ich so gut wie es geht durchgedrückt deshalb wirklich die gute Soße hier drin ist und sieht die nicht schön aus richtig schön dunkel jetzt werde ich sie noch gleich mal abschmecken ob da noch was fehlt und dann ja bisschen anticken und dann wäre sie schon fertig so abgeschmeckt habe ich sie ich habe sie jetzt mal probiert da fehlt nur noch bisschen Pfeffer und das war's dann dicke ich sie mit die Speisestärke Flüssigkeit ab und dann wäre sie fertig und es gibt eine richtige leckere Soße bisschen Pfeffer noch rein mehr braucht sie nicht so richtig schöne leckere dunkle Soße für heute Abend so bisschen Speisestärke rein mehr braucht es nicht kurz aufköcheln lassen und dann ist sie fertig aber sie sieht richtig gut aus und die riecht wunderbar ja fertig ist sie jo die kleine aber feine Übersicht bisschen Rosenkohl der muss unbedingt dabei sein hier haben wir ein paar zarte Maronen dann haben wir hier ein mildeser Rotkohl ja Klöße halb und halb eine Zwiebel der Bacon muss noch weg und hier hat unser Hauptdarsteller als Hirschrollbraten eingekauft ja und ich werde den jetzt gleich aus dem Netz befreien und dann mal gucken müssen wir den noch aufschneiden oder nicht aber das seht ihr gleich im weiteren Video gemacht wird er übrigens in der Heißluftfritte und würzen werden wir ihn mit Pfeffer Salz ja reicht eigentlich ja die Soße ist ja schon so lecker geworden gut legen wir los werden wir groß ja dann wollen wir uns mal das Braterl genau untersuchen dann können wir mal Schere oder kann man den einfach so rüber ziehen das wäre die andere Alternative jetzt eine Schere brauchen wir nicht nein nein ich kann es nachher wieder rein stopfen ne den bin ich nachher selber ja weg das Ding jetzt bin ich ja gespannt ob der zerfällt oder Mist naja das kriegen wir schon hin das kriegen wir schon irgendwie hin ja da haben wir ein schönes Stück und das schneide ich jetzt hier einmal auf ich will mal faden ja schneidet aus kalte Wasser geradeaus ich mach gleich Hirschgulasch draus ich mach gleich Hirschgulasch draus Spatzel was hältst du von Hirschgulasch? oh je das dauert aber Ewigkeiten das dauert aber Ewigkeiten übrigens weiß ich nicht wo der Faden ist hab ich den aber hingestellt naja also viel Füllung wird es wahrscheinlich nicht kleben nicht da rein passen kann man den Hirsch noch platt klopfen? ja natürlich ja natürlich sagst du dann klopfe ich das Fleisch noch ein bisschen das machen wir jetzt eiskalt dann klopfen wir den einfach noch ein bisschen flach versuch macht klug Leute anders kann ich das hier jetzt auch nicht sagen bestimmt werden jetzt einige schreien ah der schöne Hirsch hast du den Faden mittlerweile gefunden? ja hab ich doch da hingestellt ja hä? ah ok boah scheppert das gut Salz und Pfeffer zum Würzen bastelst du schon die Füllung? ja gut ich weiß nicht wie viel ich nehmen soll ja allzu viel werden wir da gar nicht brauchen ne nur ein bisschen ne nur ein bisschen genau vielleicht die Hälfte von der Zwiebel da war ich doch gerade offen hier ja noch der war ich doch gerade offen hier ein bisschen ineinander arbeiten und dann ist es wie das wie ein Stück so jetzt müssen wir kurz warten bis Manu die Füllung fertig geschnippelt hat nicht so oder leh dann geht es auch schon weiter mit drei Scheiben Bacon mehr kommt da gar nicht rein wieso klappt der jetzt zusammen? regt mich das auf erstmal so haha nächste Scheibe die tun wir nämlich etwas überlappen lassen jetzt schon wieder zusammenklappen hier der Bacon wird nämlich unser Tresor für die Füllung gut den kann man gleich weg tun wieder hier Hirschbrat mit Bacon Tresor ha so Füllung besteht jetzt eigentlich nur noch danach aus Zwiebeln und klein gehäckselten Maronen tun wir jetzt hier drauf Leute ich habe auch keine Ahnung wie das hinterher schmeckt hat wieder Schmuck gehabt weiß ich nicht hat wieder auch Senf drunter getan das war aber was anderes das war kein Hirsch so ein bisschen hier rüber so ein bisschen hier rüber dann machen wir hier unseren Tresor zu dann kann man auch schon das Drennrollen anfangen ein bisschen da habe ich mir fast gedacht dass er hier rausschaut aber das ist alles kein Problem weil ich nachher noch quer auch noch verschnüren werde gucken wir mal dass wir das halbwegs vernünftig hier jetzt hinbringen bleibt mein dritter Finger bitte da bitte einmal Finger drauflegen ja gut wie war das jetzt muss ich selber schon wieder überlegen wie das war wenn man das Zeug nicht alle paar Minuten macht oder alle paar Tage dann vergisst man das immer wieder so so und jetzt wollte ich den nämlich noch einmal so verschnüren ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott aber ob das jetzt so funktioniert wie ich mir das vorstelle ist halt wieder mal die andere Frage ich glaube das gibt noch eine Zusatzschnürung bitte einmal Finger drauflegen ein bisschen rüber ein bisschen rüber ja jetzt 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 ah da ich muss auch erstmal gucken wohin Achtung jawohl ich würde sagen den lassen wir jetzt so ja ja sieht schon gut aus deswegen da werden wir wirklich die ganze Breite heute mal wieder brauchen ich habe da ja kein Loch drin jetzt sollte ich doch kommen ich komme jetzt raus zu Feigling jawohl was schimpfst du hinter mir in Zeigensprache sprich sieht doch gut aus ja gut ja Leute jetzt müssen wir uns aber erstmal schlau machen was für eine Temperatur wir hier nehmen und ähm Kerntemperatur sollte bei ca. 60 Grad liegen ich habe fast lieber ein bisschen ein bisschen wärmer also wird es relativ schnell gehen nachher darum täte ich sagen fang du erstmal mit dem Zubehör an und dann hauen wir das Braterl rein können wir machen genau Attacke komm ruhig dazu wie es manchmal so ist jetzt gibt es wieder eine klitzekleine Planänderung also ich habe jetzt mal hier gerade noch ein paar Rezepte angeschaut im Internet und die hauen dem Hirschbraten alle für zwei, zweieinhalb Stunden in die Soße rein und köcheln den noch mit jetzt habe ich mir überlegt halbe, dreiviertel Stunde in der Heißsuffritte bei 180 Grad einfach dass er ein bisschen Farbe annimmt dann schmeißen wir den ganz einfach nochmal in die Korkotte, in die Soße rein und stellen den nochmal ins Backrohr rein ja ja wie lang das werden wir nachher sehen richtig genau also Kerntemperatur wird auf alle Fälle höher als 60 Grad werden was ich da ja auch irgendwo gelesen habe so machen wir das jetzt ja du kannst dir Zeit lassen mit deinem Zubehör richtig muss ich sowieso ja ich schon wieder Leute ich habe gerade noch ein Rezept entdeckt richtig geil das werde ich mit Sicherheit nochmal auf dem Grill im Garten ausprobieren Hirschfleisch Spieße mit Ananas mhm also das Rezept hat sich jetzt richtig lecker angehört ähm und die machen so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe kurz angrillen bis auf die Kerntemperatur von ungefähr 60 Grad und fertig naja jetzt machen wir es aber so wie ich das vorher gesagt habe was hältst du davon irgendwann nochmal nochmal Hirschspieße mit Ananas zu machen kannst du gerne selbst essen kannst du gerne selbst essen Frauen wieder naja und dann wenn ich es mache oh ist das lecker mhm äh ja jetzt warten wir aber bis hier die Heißloffritte fertig ist so Dalle äh schöne Farbe hat das Bratterl definitiv jetzt bekommen und jetzt schauen wir noch jetzt mal gucken ob ich hier schon hinlangen kann mhm irgendwas zum Anlangen dass ich den hier runter krieg und hier rein bekomme so na 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 geh halt raus und weg so na na geh halt raus und weg so naja irgendwas muss ich jetzt nehmen so so und Spatzel wie schaut er aus? gut ja so jetzt nehmen wir unsere Soße und schütten die da einfach wieder rein ah mhm aber schmeckt gut ja alles etwas anders als wir geplant hatten und dann tun wir den jetzt nochmal im Backofen bei wie viel Grad habe ich gesagt? weiß ich nicht also 180, 200 Grad rum und da lassen wir noch ein bisschen in der Soße schmoren und ab und zu nochmal übergießen ja und so machen wir das jetzt wuhuuu aah dann kommt da Hitze raus uuuh so leute uuuh uuuh so, so sieht der aus ein paar mal haben wir noch übergossen ich schaue mal dass ich hier den Deckel irgendwo hinde jo, ich würde mal sagen den holen wir jetzt raus Wir legen den hier auf die Fußbretter und wo ist meine Kuchengabel? Fleischgabel? Bitte sehr. Jawohl. Tja und da schneiden wir den gleich an. Tja, dann wären wir soweit. Ich fange jetzt gleich hier vom Randteil an zu schneiden. Sieht das schon gut aus. Ja, ja, doch. Ja, ja, definitiv sieht das gut aus. Immer so, dass möglichst noch eine Schnürung zusammenbleibt. Ja, hier schaffe ich es nicht ganz. Es wird die Scheibe zu dick. Aber er hält auch so ganz gut. Doch, er schaut gut aus, er riecht gut. Der wird mit Sicherheit jetzt auch gleich ganz lecker schmecken. Aber das wissen wir jetzt gleich nach dem Probiererle. Nachdem wir den Teller gefüllt haben, hergerichtet haben, ja, ihr werdet das gleich sehen. Tja, Leute, da haben wir nun das gefüllte Hirschbraterl mit den Zubehör, den Knödeln, den Rosenkohl und den Rotkraut oder auch Rotkohl oder Blaukraut, wie auch immer man das nennen möchte. Mit dem Blaukraut fangen wir jetzt gleich mal an. Mh, 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 Käm nach oben. Mh, mh. Ich liebe Rosenkohl. Lecker. Mh, mh. Die Knödelchen habt ihr ja gesehen, da haben wir wieder so ein Backerl geholt. Und wie ich schon oft genug gesagt habe, die Dinger sind absolut in Ordnung. So, dann schneide ich mir was von meinen oder von unseren Hauptdarsteller hier weg. Versuche gerade noch die Schnur raus zu bekommen. Ich hoffe, dass die Soße dir schmeckt. Ja, schmeckt lecker. Also die Soße schmeckt auch lecker. Mh. Fein, fein, der Hirsch. Ein rundum gelungenes Montagsmenü. Ja, hätte eigentlich unser Sonntagsessen werden sollen, aber jetzt haben wir es halt am Montagabend. Mh. Wir sehen uns nachher noch im Fazit. Ich gehe jetzt essen. Hoi. So Leute, dann kommen wir noch zu dem Fazit. Also ich finde, ich finde, ich fand, ich fand es eigentlich wirklich sehr, sehr lecker. Äh, persönlich muss ich aber gestehen, habe ich, ich weiß nicht, ob es die Nelken waren oder was anderes, ähm, etwas leicht dominant aus der Soße raus geschmeckt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Du hast ja eine andere dazu gehabt. Ja, natürlich. Ja, aber im Großen und Ganzen war es wirklich sehr, sehr lecker. Also ich bin wirklich zufrieden mit dem Essen. Das Braterl war super, ähm, durch den Heißluftgrill hat der Außen noch ein bisschen Kruste bekommen, dann noch in der Soße ein bisschen weiter geschmort. Hat absolut astrein gepasst. Deine Meinung? Ich fand das Essen richtig lecker. Zu dem dominanten Geschmack, was ich gemeint habe? Fand ich jetzt nicht. Fandest du nicht? Ja, Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Da kommt es wieder auf. Was will man machen? Aber ich habe es trotzdem genossen, das Essen. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, zum Schluss noch was in eigener, persönlicher Sache zu meiner Wunschliste. Möchtest du noch was dazu sagen? Nein. Nein, du bist sprachlos. Was war das? Sprachlos, wenn ich jetzt gleich hier anfangen würde. Ja Leute, wenn das Video auf alle Fälle gefallen hat, Däumchen nach oben. Nettes Kommentar, Abo. Wir würden uns freuen. In dem Sinne sage ich einmal Tschaukowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und über das andere Thema können wir ja im Livestream noch mal reden. Also dann, Tschaukowski, wir sehen uns.